Ein heftiger Tornado ist am Freitagnachmittag durch den Norden Italiens gefegt. Mehrere Amateur-Videos zeigen den Wirbelsturm, der vor allem die Region Emilia-Romagna um die Stadt Bologna heimsuchte, wie hier in dem Dorf Castelfranco Emilia. Als der Tornado näher kam, wurde er immer größer. Er kam aus dieser Richtung, aus Modena, und er war etwa 20 Meter hoch. Hier war er dann viel größer. Der Tornado richtete schwere Verwüstungen an. Autos flogen durch die Gegend, Häuser wurden stark beschädigt. Ob auch Menschen zu Schaden kamen, ist noch nicht bekannt.